Was? Hallo? Oh, so ein Zufall. Oh Gott! Aaaaaaah! Brenn, Osa, Brenn! Ich kann nicht weglaufen! Warum nicht? Ach, ich mach den. Bei meiner Leiche ist so ein Feuerzeug. Du stirbst gleich! Ich glaube, ich glaube, unser Ende ist gekommen. Nö, ich denke, ich kann euch alle wieder überleben. Sollte gehen. Ich hab 40 Blumen gesammelt. Hab 12 Beeren, 8 Karotten, 12 Büsche. Also, ich bin vorn mit euch, ihr Unheute des Bösen. Ja, ich kann die leider auch nicht wegspuchen. Schütz mich's glätt. Glätt, oh. Also, ich hab neun Leben. Oh, dann einfach die Straße entlang. Ich mein, hier am Feuer bist du mit 40 Jahren. Macht Regen die Fackel aus? Ja, doch. Wenn du dunkel bist... Soll ich mit Feuer machen? Ja komm, wir gehen weiter nach unten. Okay, vielleicht sterb ich doch. Wegen Regen. Wer rechnet denn mit Regen? Achso. Ja gut, aber dann können wir... Dann können wir gut... Weiß ich nicht, das hab ich doch gerade gefragt. An einer besseren Location neu anfangen. Ja. Alter. Ich werd euch wiederbeleben. Okay, fuck it. Alle drei. Alle 300. Oh, guck mal, wir leuchten ganz leicht. Ja. Oh, hallo. Da ist Sonne. Da oben ist Sonne. Da oben ist Sonne. Ich seh die Wand nicht. Außenrum. Ich seh... Wo wir langen müssen. Geh nicht da nach oben. Ne, hab ich nicht... Oh, hallo Geisterkollegen. Wuhuhu. Ich mach mir kurz ne Ersatzfackel. Oh, guck mal. Da ist irgendwas. Äh, ich hab keinen Platz im Inventar. Was werfe ich denn raus? Das geht. Hier, ich mach Bäume. Das sind schlafende Hasen. Guck mal. Warte. Wat? Die schlafen? Kann das hornten? Ja. Achso. Ich kann so höchstens anständen. Jetzt hast du nicht. Guck mal, gebratenes Hasen. Das ist Minekraft. Ja. Scheiß auf die Büsche. Die droppen Essen. Nimm die Büsche mit. Das ist lecker. Das ist einfach so... Mach gekochtes Essen! Das müssen wir... Das hätten wir sofort machen müssen. Nachts Hasen jagen. Das wären Kommentare gewesen. Ach, da weiter nach links. Na guck, es wird hell. Einfach dem Weg folgen. Warte, ich muss die Hasen anzünden. Ich brenne auch, aber egal. Komm her, Frühstück. Achso, und hier im Dings, das sollte ja eigentlich abbrennen. Das war ne Falle. Aber da hab ich... Da hab ich bestimmt schon Lagerfeuer vorangebaut und dann noch übernachtet da drin. Und? Und ich glaub im Winter sollte man nicht da hingehen. Ja, wenn da irgendeine Bestie kommt oder so. Ja, richtig. Und die Kühe da drin wohnen oder so. Diese Büffel. Jetzt dürfen dich nicht mehr die Büffel... Im Winter überhaupt kommen. Keine Ahnung, wann der Winter kommt. Lalalalalala. Dann, dass wir irgendwie an Tag 12 verflucht sind. Oh, da war ein Blitz hinter mir. Oh, da war ein Blitz hinter mir. Fast wärst du gestorben. Easy. Ich hab keinen Metall an mir, ich hab einen Strohhut. Ja, ich bin da. Der Robotergeist sieht ziemlich cool aus. So, dann schauen wir mal, was wir bauen können bei der Maschine. Ach der, auf dem Weg ist man schneller? Ja. Das hab ich nie realisiert. Als Geist nicht. Nee. Das ist ein Babybüffeli. Ach, die Paarungszeit ist vorbei. Nee, die sind immer noch rotarschig. Ah, okay. Aber die haben Babybüffeli. Kann man irgendwas mit denen machen? Tier? Petten? Hut? Töten. Ihr habt ne Steinmauer angefangen? Ja. Ja, Usaf hat damit angefangen. Ich hab drei Dinger gebaut. So. Okay. Die erfolgreiche Mauer. Ich merke mir für nächstes Mal, diese Vögel sollte ich vielleicht nicht angreifen, weil die schneller sind als ich. Und irgendwie über drei Kilometer picken können. Wo ist denn das, äh, Zeug? Das ist hier in der Kiste. Ach, wir haben noch welche, oder was? Ja, vier Stück. Oder so. Achso. Spider-Gland, ne? Genau. Und das... Oh, oh. Was ist das für ein... Okay, puh. Sie greifen mich nicht an. Das bin ich nicht gewohnt. Oh nein! Was hast du kaputt gemacht? Achso, ein Kochtopf. Echt? Doch, er hat den Grill kaputt gemacht. Hör auf damit! Hör auf damit! Ich hab dafür, unter welcher Kategorie? Das ist glaub... Ne. Survival. Survival, genau. Wie viel Schaden macht das? Ein bisschen. Du kannst ja einen wiederbeleben und der wiederbelebt den nächsten und immer so weiter. Ja, nimm mich, wenn ich noch upgradet bin. Aua. Ja, stimmt. Schlingel hat am meisten Leben. Und dann kann Schlingel den nächsten Upgrade machen. Also, dessen nächsten wiederbeleben. Achso, ich funke ja ein bisschen. Ach, egal. Könnt ihr mal bitte vom Feuer weggehen, meine geistligen Freunde? Danke. Äh, wo haben wir diese Spinnendinger? Hast du die noch? Die haben schon mehr wahrscheinlich noch. Die hab ich noch, ja. Okay, dann gib mal her, was ich brauch dafür. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hab's einfach gecraftet. Die Spinnendinger und Gras. Oh, Gras hab ich auch nicht. Okay. So, kannst du weitergeben, alles. Oh, okay. Telltale. Ich kann eins machen. Hier. Oh Gott, ich hab hier. vielleicht keine gute Idee, das bei mir zu machen. Wiederbelebung. Ich bin gleich tot, übrigens. Egal. Musikenschirm oder so, warte. Genau. Jetzt. Oh nein. Hä? Jetzt. Das hat alles gut funktioniert. Das hat sich gelohnt. Egal. Das hat sich Modado lebt. Richtig gelohnt. Oh, Modado brennt unser Feld an. Gut. Erstmal was essen. Ich hab was besseres für dich, Modado. Ich glaub, das könnt ihr dir helfen. Schlingel, was geht? Ja, bitteschön. Oh mein Gott, endlich. So. Ich hab 40 Blumen. Ey. Ich brauch Gras. Hast du Gras? Dingel hatte seine Chance. Hä? Ich hatte ihm Schlingel Gras gegeben. Ja, drei Stück, ja. Die hab ich gebraucht für ein Ding. Heißt, ich brauch sechs Stück. Für beide. Also, wir müssen unbedingt umziehen, ne? Ja. Aber die ganzen Maschinen, das wär echt schade. Welche ganzen Maschinen? Achso, da steht da noch irgendwas. Oh, Modado ist tot. Wieso tötest du dich, Modado? Ich hab gedacht, funktioniert schon. Kannst du, da liegen zwei Wiederbelebungsdinger auf dem Boden. Ja, aber ich hab kein Leben. Oh, Modado. Oh mein. Erstlingel. Du kannst ja, du kannst ja so benutzen. Hä? Die sind ja schon gecrafted. Ja, ja. Achso. Ja, gut. Dann kann ich Modado wiederbeleben. Du kannst zwei wiederbeleben. Du musst aussuchen! Aber ich hatte, glaub ich, eins noch in meinem Überleben. Ja, geil! Wisst ihr? Oh, jetzt hab ich nur noch weniger Leben. Ja, wir haben auch kein Spinnendingsl mehr. Dafür haunt ich elf. Ja, du hast... Du hast... Du brennst schon wieder den Wald ab! Oh Gott! Goddammit! Ich hasse diesen Meatbulb! Dann will ich es dann auf dem Usauf-Bichter mitspielen. Oh nein, das tut an! Verjagt ihn zwei Stück sogar, Alter! Haut ab, ihr Wechsel! Hey! Oh Gott, er greift mich an! Ach doch nicht! Wollen unsere... Alter, drei Truthähne haben wir hier, WTF! Warte, hier muss noch irgendwo mein... mein Hut sein, oder? Ah, hier! Äh, ja gut. Unser Zeug liegt da oben irgendwo noch rum. Da geh... gehst du nicht mehr hin, Maulade. Ich verbiete es dir. Äh, Schlinge? Hast du Samen fürs Feld? Ich hab kein gar nix mehr! Oh, da ist ein Samen. Was ist das? Ein hübscher Hut. Ein Flower Head. Seh ich geil aus, oder wat? Der töte doch necke Spinne, Ursaft. Oder schau dich um, wo irgend so ein Spinnege fliegt. Wir haben nix, um irgendwas zu machen. Ja. Ach, die Schweinemenschen töten für uns schon alles. Oh. Hast du Holz? Hast du irgendwas? Ich hab Holz, Maulade. Ja, aber in meiner Leiche wär auch ganz viel Zeug. Hast du Sticks? Irgendwas, damit wir irgendwas machen können? Hä, ich hab alles! Was brauchst du denn? Alles. Achso, ihr habt... Wir haben rein gar nichts. Mit Haar. Das ist irgendwo... Ich glaub wir würden sterben, wenn wir das machen. Ja, Stöcke und... Steine. Soll ich's riskieren? Komm Schlingel, wir riskieren's. Obwohl wir machen uns ne Waffe. Wir warten erstmal. Ich bin gleich. Wir warten bis zum nächsten Tag. Äh, hier hat's nirgends Stöcke in dieser Umgebung. Okay. Tommel, wie viel Gras hast du? Nicht mehr viel. Ich hab grad richtig viel ins Feuer gelegt. Aua, hot! Oha, du hast irgendwas angezündet. Oha, du hast irgendwas angezündet. Oha, du hast ganz schön hot. Oho, dankeschön. Ach. Äh, soll ich unsere Bärenbüsche jetzt behalten, weil ihr umziehen wollt? Ich hab zwölf Stück. Äh, ja. Wir ziehen am besten irgendwo hin, wo's grün ist. Ihr hätt noch mal so'n Kuckumat. Kannst du noch mal so'n Grill bauen, Zombie? Nicht jetzt. Wenn wir eh umziehen, baue ich jetzt nichts mehr. Warte, kann ich die vielleicht kaputthornten? Na gut, dann... Ich hätte daraus jetzt was leckeres gemacht, aber... Dann muss ich halt alles so kochen. Man sollte nicht durch Feuer laufen. Um gegrillten Hasen aufzuheben. So, Schlinge, brauchst du Essen? Oh Gott, das Feuer geht eventuell gleich aus. Noch hab ich. Und wir haben nix. Hä? Alter, Osaft. Danke, Osaft. Danke, Osaft. Wir sterben! Osaft hat das Feuer ausgemacht, wir haben keine Facke. Wo ist es? Wo ist es? Dankeschön, Osaft. Ich hab nix. Ich auch nicht. Alter, wie oft Osaft alles abgezündet hat, alles getötet hat. Wir hatten nix mehr zu craften, wir hatten nix. Ich hab das Ding aber schon oft gehorntet und da ist nichts passiert mit dem Feuer. Warum ist es jetzt kaputt gegangen? Weil es ist immer weniger geworden bei jedem Mal gehornt. Nur dieses ist nicht aufgefallen. Der Untergang. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es. Jetzt ist es vorbei. Und viele Leiche, die einfach... Osaft hat's kaputt gemacht. Okay. Ich rette euch. Hallo. Easy peasy. Was geht? Zombie macht jetzt ein Singleplayer. Let's play. Oh, bitte. Erstmal aufsetzt. Ich versteck mich jetzt einfach irgendwo in der Welt und geh mich umregen. Oh, das tut mein Gehirn gut. Ähm. Wie macht man denn, äh, so ne Heilcreme aus dem Schmetterling? Keine Ahnung. Wie heißt denn dieses Heilzeug? Ich find das ja nicht mehr beim Craften. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das noch nie gemacht leider. Ein bisschen blöd. Ach man. Kann ich die Vögel weg machen? Ja. Ja. Unter Licht ist es schonmal nichts. Survival. Ich kann's mir vorstellen, dass es unter Survival gelistet ist. Ah, guck mal, Modado. Ich kann die Truthähne ja bestimmt rausholen. Die sind in den Büschen? Ja. Ne, kann ich doch nicht. Ne, die verschwinden dann. Die Deespawn, dann glaub ich Schlingel. Ach so, die Deespawn. Okay. In den Büschen. Oh, Modado. Okay, er hat doch so ein bisschen noch verbrannt. Gut. Schlingel hat mir gesagt, ich soll das machen. Oh, guck mal, da ist ein Vogel gestorben. Hey, was ist das für ein Feuer? Oh, ist das gemütlich. Ja, hab ich doch auch keine Lust mehr. Das hatte eh wenig Sinn, jetzt hier rumzukrüppeln. Gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal eine bessere Location. Immer Ursaft sofort. Ja, hoffentlich. Okay, ich mach nächstes Mal einfach nicht mit. Nein, Ursaft. Wir mögen dich. Hab ich ja gemerkt. Ihr habt mich für alles verantwortlich gemacht, was ich getan hab. Ich hab die Bären wachsen lassen. Ich hab die Bären wachsen lassen. Ja, ich glaub. Ich glaub irgendwie, das ist so ein Random-Effekt, der so kommt. Entweder gut oder schlecht. Ja, entweder es bleibt ab, so wie jetzt. Oh, guck. Ich kann alles anzünden. Okay. Unser Vermächtnis darf nicht mehr existieren. Das ist so ein Talent. Ja, guck mal, als Geist kann man diese kaputten Bäume abfällen. Und dann kommt der Holzkohle raus. Ja, das kann man aber auch als Lebender. Ja, aber als Geist verbraucht man nichts. Nee, ich kann das nicht, hä? Man steht eigentlich auf diesem Schild. Man kann die Mauern kaputt machen. Guck mal, Stengel. Ich glaub, du hast die kaputt gemacht, oder? Guck mal. Ja, ich hab gar nichts mit der gemacht. Manchmal macht die so. Ja, gut. Dann sind wir... Ja, guck. Der eine Tor von mir war aufregend. Everyone is staying. Dad, save them. Warum haben wir überhaupt so eine Zeit, in der wir rumlaufen dürfen? Keine Ahnung. Vielleicht kann man irgendwie überleben, oder so. Ja, vielleicht kann man sich auch so ein Ding aufstellen, an dem man sich selbst wieder beleben kann, oder diesen Altar zum Beispiel oben. Die Kunden sind einfach nur dazu da, um zurückzublicken auf das, was man erreicht hat. Also... Mordado, jetzt musst du eine Rückblende einblicken. Ja, genau. Die Zeitlupe mit krasser Musik. Das Ende. Schlingel hat mich wiederbelebt, ist dabei gestorben. Ich hab die anderen beiden wiederbelebt und bin dabei gestorben. Oh nein, ich bin ganz viele Wiederbelebungsdinger. Ich bin beim Craften von dem Wiederbelebungsdinger. Schweine haben Spinnen getötet. Ich bin verfunkt, Mordado. Genau, Schlingel ist verfunkt, weil er uns wiederbelebt hat. Und dann hat Osaf das Feuer ausgemacht bei zwei Leuten, die überhaupt nichts hatten. Und die zwei sind dann gestorben. Ich hab ein Treecounter geschaffen. Ah, das war ein schönes Ende, doch? Ja, den hatten wir vorhin auch schon gefunden. Oh. Ja gut, dann bis zum nächsten Versuch. Ich denke, wir spielen auf jeden Fall nochmal. Zumindest hab ich Lust drauf. Ich hatte auch Lust. Ich geh mich umbringen. Und tschüss. Tschüss.